Noch zwei, drei Tage, dann ist die Terrasse von Familie Rita fertig. In Eigenregie gebaut mit moderner Holzoptik. Immer häufiger wird das sogenannte Wood Plastic Composite, kurz WPC, heute verbaut. Die Bahnen bestehen aus 75% Kunststoff und 25% Holz oder wie im Falle von Familie Rita aus 25% Bambus, dem sogenannten BPC. Der Belag bringt halt die Vorteile mit, dass er 100% verrottungsfrei ist. Und durch das, dass wir eben Bambusfaser drin haben und kein Holz, haben wir da damit auch mit der Feuchtigkeit keine Probleme. Das heißt, wir haben kein Quellschwundverhalten, wie wir es eben vom Holz her kennen. Außerdem benötigt der Belag keine Pflege, muss also weder geölt noch gestrichen werden. Die Kosten liegen bei rund 50 Euro pro Quadratmeter. Wer echtes Holz als Terrassenbelag möchte, hat die Wahl zwischen heimischem und Tropenholz. Deutlich resistenter und langlebiger ist Tropenholz. Das beliebteste Terrassenholz ist Bankierei- und Stauseeholz aus kontrolliertem Abbau. Die Kosten belaufen sich hier pro Quadratmeter auf 50 bis 60 Euro. Was bei Holzbelägen von Natur aus immer vorkommt, im Laufe der Zeit vergraut ist. Will ich diesen Vergrauungsprozess eindämmen, hundertprozentig ausschalten, kann ich ihn nicht. Aber dann sollte ich das Holz natürlich pflegen mit dem Terrassenöl. Und das wäre immer am besten zweimal im Jahr. Mir empfehlen immer, wenn die Saison losgeht im Frühjahr und dann, wenn die Saison zu Ende geht im Herbst, nochmal satt mit dem Holzöl einzuölen, sodass das Holz gesättigt ist, da dann wiederum sehr wenig Feuchtigkeit über den Winter aufnimmt. Und somit ist natürlich die natürliche Beschaffenheit lange gegeben. Egal welcher Belag, eine Holsterrasse sollte aus qualitativ hochwertigem Holz gebaut werden, stabil, langlebig und widerstandsfähig sein. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen Holz- und Holz-Kunststoff-Mischung. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass eben durch die direkte Sonneneinstrahlung sich das Holz noch ganz minimal aufheizt. Und damit kann ich natürlich auch sehr lange barfuß laufen. Das ist der Unterschied eben zum WPC-BPC, das sich natürlich da durch Sonneneinstrahlung schon wieder stärker aufheizt. Sprich, es wird auch mal 50, 60 Grad warm, sodass ich wahrscheinlich da nicht mehr unbedingt barfuß laufe. Darauf muss sich Familie Rita im Sommer also einstellen. Dafür splittert das BPC nicht. Bei Holz kann eine Splitterung nicht 100%ig ausgeschlossen werden. Aber auch hier hat Tropenholz den Vorteil gegenüber heimischem Holz. Ein gedründer aller систему, also da dort neierer Bitflis.